einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zur neuen folge von don't starve together mit dem krean hallo yogi der ist ganz weit weg von mir in ganz weit weg land ja ich muss häschen fangen damit ich hier meinen echten hasen zeigen kann aber geil freue ich mich ja schon drauf und ich möchte beef losfinden für kacke und manchester ist wieder da das verwirrt mich immer noch sehr gut wir werden immer noch ein paar steinchen mitnehmen wenn wir schon steinchen finden alter hier oben sind fünf millionen hasen hätten wir zu dir gehen sollen also weiß nicht ob du da schon warst aber wenn man nördlich läuft kommt man irgendwann an so ein gebiet mit gras also diese graslandschaft halt und da sind tonnenweise also gras werde ich jetzt erst mal nicht ausbuddeln weil das brauchen wir zwar auch immer aber das zu bekommen finde ich jetzt nicht so so kritisch ja ich nehme hier mal mit wenn du direkt in hase bist du so blöd geh hin komm geh hin ja näher ran ich gucke auch nicht hin bist du doof wenn du in der heimat bist könntest du mal schauen was wir für so ein terminal stone brauchen ich bin gerade unterwegs phasenjagd das ist hasensaison aber echt also was hier rum rennt an hasen nein nicht da reingehen also nicht reingehen egal wir beten dich hier nicht allerdings habe ich noch eins gesehen noch ein hasenloch siehst du tun wir hier so hingehen du hier sind grabsteine komm wir buddeln einen aus aha oder noch einen aus aha dann beten wir mal die beiden hier also wo ist das jetzt ja ein bisschen westlich ist es halt was ist das ich habe einen tropfenden einen einen likenden wie sagt man es auf schliegenden einen löchrigen auslaufenden t cup gefunden muss ich das was sagst mir wurde vorgestern ein key zu einem spiel angeboten wo es an meinem nicht mehr vollen teacup geht ja ja ein kleines narrative kürzer check ob ich hier genug dabei habe um im notfall ein feuer zu machen ja dass sie doch gut ist ich mal mich auf dem rückweg und dann sollte ich nach was gucken hast du gesagt nach der maschine der mahlen stone also mit zu steinern sondern winter kannst du den halt bei unserem feuer aufwärmen und dann gehst du mit dem auf auf erkundungstür und frisst du halt nicht den arsch und steppst hat mich so ja ich habe auch ein hasen müssen wir dir einfach mal zeigen also hier sind irgendwelche krebs ich glaube schon aber du ne also genau die informationen kann ich dir leider nicht mitteilen oder drüben das sieht nach einer großen gras steppe aus da könnte es doch biefe losgeben ein kleiner kühlschrank auch gut ich glaube da können wir essen länger aufbewahren drin ja so your seats for safe keeping terma stone zehn stein drei flints und eine pickaxe zehn stein drei flints und eine pickaxe also im prinzip zehn stein fünf flints und ein paar tricks naja das kostet nicht viel weil ich habe keine ahnung an welchem tag winter startet hier oben sind so viele biefe los krean so viele biefe los wo soll ich denn das hasen hin tun das ganze in die truhe tun wir brauchen den ganzen hasen glaube ich gehen wir unten bei den bei den dress da gibt es kopf bedeckung natürlich und da gibt es irgendwo auch die entsprechenden und schütze und ich meine wir brauchen den ganzen hasen er ist ein winter hat cats cap dunkel du brauchst feuer und ich bin mittlerweile ziemlich bärtig ich kann nicht ich sehe das ding nicht ich sehe die fackel hier wie denn im menü links ja kann ich nicht okay dann werde ich dich retten kommen holl du pa ich liege ja mal rum ist ja bald wieder tag genau ist ja bald tag dann komme ich da wieder runter bring noch ein bisschen kacke mit du kannst doch die welt erkunden sonst aber ich sehe ja nichts ist ja dunkel ja ist korrekt und wer weiß wo du dann rauskommst ich weiß nicht mal ob du über wasser schweben könntest ich versuch's mal ja ich war zu weit links ist halt so kacke dass du gar nichts siehst ja sobald dunkel ist es echt ich kann über wasser schweben ich erkunde mal ein bisschen die gegend mach das mal ich bring noch ein bisschen kacke mit und dann ich horne dich ne mach mal nicht jetzt achso warum nicht dich ich hab grad schon gedacht der will mich hier horne weißt du da will man eigentlich mal in ruhe kacke sammeln also wenn wir mal ganz viel fleisch brauchen dann können wir hier oben ein paar bifalos angreifen gehen ja vielleicht brauchen wir immer ja das problem ist die sind relativ stark also jetzt sollten wir es vielleicht noch nicht machen ich meine das sind die haben riesen hörner das sind ziemlich viele und gold gibt es hier auch noch das ist doch schon mal schön hier ist verbrannter boden oh die haben unterschiedliche namen die schweinemännchen moonpie das ist sheldon florian also hier oben sind überall so kleine verbrannte flecken das macht mir ein bisschen angst oh mein gott oh nein hier ist krieg die spinnen greifen schweinemännchen an lauf weg clever das ist gut da können wir dann in spinnen da können wir spinnen Sachen looten gehen er ist tot ja hier oben ist ein riesen spinnenbiom im Norden ganz riesen spinnen dann müssen wir uns Fleisch besorgen und dann können wir das problem ist wenn ich jetzt dich gleich wieder belebe habe ich noch 20 Leben damit müssen wir ich habe ein bisschen Fleisch habe ich das ist gut weil es macht dann immer Spaß tatsächlich die Schweine auf die Spinnen loszulassen und man selber guckt dass man so eine Spinne abkriegt ja das problem ist nur den Weg dahin zu finden weil das scheint eine Insel zu sein also muss ja irgendwo ein Wurmloch sein hm ah ne hier ist eine Verbindung eine Verbindung mit zwei Bergen ich fliege mal ein bisschen die Küste ab damit wir den Weg das wird alles jetzt mit aufgedeckt ne wird es nicht weiß ich nicht ne wird es nicht mit aufgedeckt du kannst auch zurückkommen also ich bin demnächst da es dauert nur noch ein bisschen es ist auch weit im Norden also da müssen wir einen großen Umweg gehen anscheinend war das Wurmloch das Wurmloch was bei uns rauskommt ach scheiße dadurch dass du ein Geist bist äh ist meine Sanity sinkt trotz trotz meinem Hut komm wir spring mal rein mal gucken ob es das Richtige ist nope es ist nicht das Richtige da müssen wir halt wieder zurück ich haunte das Firepit der Krian hauntet einfach alles alles wird hier gehauntet ist eine wilde Haunterei alter wenn wir mal wissen was wir mit Bienen anfangen können hier oben gibt es genug davon ach ja wir können uns meines Wissens nach auch so Wege zum Laufen selber bauen ich brauche keine Wege ich kann fliegen ja du so ich bin gleich in der Heimat also das Problem ist halt wirklich um dies zu diesem Spinnen wie um zu kommen müssen wir äh ein Geist erst nach Westen und dann Straight Richtung Nordwesten äh Osten meine ich nach Osten dann Richtung Nordosten und großen Bogen machen bei Straight Richtung Norden ist alles Wasser da kommen wir nicht durch ah ja ich war mal ein Geist er lebt wieder dankeschön bitteschön ich kann nicht alles auf einmal aufsammeln ah gute Frage nächste Frage einfach eine Leertaste gedrückt halten oh das ist gut also der Taste ist im Prinzip das gleiche als wenn du irgendwo drauf drückst der Fire auf Klingern TTV ja Life was Extinguished by Darkness ja ja die böse die böse Darkness wieder bevor es wäre die Argnis gewesen 56 HP habe ich noch das ist wesentlich mehr als ich ähm so hey es liegt hier eine Leiche rum toll können wir die irgendwie auskamen oder so ja ah Krian TV survived 9 days keine Klamotten eine Pickaxe mhm 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 ich tue auch das zweite Spinnenei mal wieder rein statt da jetzt Creme draus zu machen einfach weil ich davon ausgehe da kommt was meine Sanity geht runter ja gut ist ja auch dunkel ähm einfach weil ich davon ausgehe dass es Sinn macht dass wir das noch auf Halde haben falls einer von uns noch mal stirbt du willst ja keine Namen nennen ja könnte ja auch ich sein ich habe tatsächlich einen Rubin und ein blaues Steinchen äh 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 bekommen okay wenn man wenn man vier Bienen hat und äh Honeycomb also Honigwaben kann man ein Bienenhaus bauen das heißt es muss doch irgendein Tool geben um Bienen einzufangen das wird vermutlich nicht der Hammer sein was kann ich mit Bernie machen deinem Bären ja ich habe keine Ahnung sie sieht irgendwie verrückt aus uh wir können biefelos bürsten also können wir nicht weil wir das Material nicht haben aber es gibt auch einen Sattel ähm uh so ein Kato Grafas wäre vielleicht auch praktisch weil dann können wir wahrscheinlich scheren hey da kommt eine böse Hand geh weg böse Hand geh weg geh weg was mache ich dagegen geh weg geh weg geh weg mag das nicht weg da weg da hör auf unser Feuer zu klauen siehst du diese Hände auch die unser Feuer klauen wollen ja auf die müssen wir glaube ich drauf gehen dann hauen die nämlich ab geh weg nein wird kein Feuer geklaut Arschloch ich hab Bernie ich schick Bernie auf dich los geh weg Bernie zöd ihn geh weg vertreib dich in die Dunkelheit wo du hingehörst geh weg ich weiß nämlich noch wie das beim ersten Mal als ich diese Hände gesehen habe mir hartes Leben geklaut hat okay wir haben jetzt erstmal hier drüben eine Menge Bücher die uns Essen produzieren das ist doch schon mal eine gute Idee das Häschen was da drin ist stirbt übrigens langsam aber sicher dann sollten wir gucken was brauchen wir denn für die Irmars wir brauchen für die Irmars wahrscheinlich zwei ja zwei Hasen das heißt wir sollten noch einen Hasen fangen ich geh gucken ob die fertig sind flint und nitrit und noch mehr flint eine Wildsau ich werde verfolgt ich werde verfolgt ja renn mit der zu den Schweinen hoch ich werde verfolgt ich werde immer noch verfolgt ich brauche einen Weg gib mir einen Weg ich weiß nicht wo du bist das ist das Problem Königreich für einen Weg ich habe einen Weg geh weg Pimba Pimba geh weg wo bist du also links von uns wohnt ein Schwein und da musst du hin die bekämpfen den dann ich bin einfach nach links gerannt sehr gut ich glaube ich bin ihn los geworden ah ich bin zu weit keine Ahnung ob die hier wohnen aber ganz im Westen ist wieder Wasser naja ja ich muss wieder ein bisschen zurück Richtung Osten ich will ja die Hasenfallen checken jo meine Madagans hier oben sind noch viele Steine das ist doch schon mal gut ich jetzt äh bisschen genau bis in den Süden da sind zwei Fallen ha ein Häschen und zwei Häschen das ist doch super du kannst deinen Hasen mal töten hätte ich gesagt ne wir brauchen ja beide Ohrenschützer also insgesamt brauchen wir dann vier Hasen ja aber der Hase der jetzt da ist der ist ja bei Toten ich habe kein äh kein Köder um jetzt direkt noch in Hasen zu holen ach so keiner vergammelt ja langsam aber sicher dann machen wir aus dem Essen hier sind die süßen kleinen Waschbären die man ja auch essen kann keine Sorge ich will nur das Gras mitnehmen ich tue euch nichts ihr Viechers ja das weiß man nicht so die Frage ist was wäre es sinnvoll als nächstes machen so hier kommen deine Hasen da liegt was ah ja der ist erst halb vergammelt das ist okay das ist ein Dirtpile kann man den ausgraben ja du musst dann mal was aus der Truhe nehmen dann kann ich dir dann noch so Hasen reintun hier ich habe mal was aus der Truhe genommen nehm auch mal den Hasen schon mal raus ja da ist noch ein Hase jetzt jetzt kannst du ja einen von den beiden frischen Hasen auch noch nehmen nice hat der Krian mir mal einen echten Hasen gezeigt ja war der nicht schön ja so jetzt haben wir schon mal einmal Rabbit Earmuffs ich glaube wir brauchen nur eine Truhe das wird sonst so nix hier ja vielleicht nicht so blöd da kann ich auch mal ein bisschen mein Inventar leeren ich habe so viel Müll dabei schön kann ich jetzt hier auch Sachen reinmüllen ja können dann erstmal Sachen reintun der Bub geht das dann auch rein? perfekt die Steine gehen da noch rein wie hoch stacken die? bis auf 40 okay ich nehme nochmal die Woods raus und tue die Woodlocks in die linke Kiste Prototype so Wood Wood das Wood lasse ich drin wir müssen dann endlich wieder Feuer machen Gras kommt da rein ich tue auch die Twix da rein so jetzt ist meine Wand gebaut für eine Mauer und die Krians bezahlen dafür ja Jokes on you ich habe kein Geld na scheiße okay also ich habe ich habe einen roten Edelstein und einen blauen Edelstein und ich meine damit könnte man irgendwie sowas bauen wie eine ein ein Feuerstab oder so aber ich finde keinen wollen wir nicht den Tricky Tree Cone platzieren können wir machen weil dann ist nämlich weniger Material in den Kisten drin so wo war der jetzt bei Survival oder? oder Sides? ach das ist eben alles so verwirrend hier so zwei kleine Bäumchen platzieren hier äh da ist er ach so wie viel Stein kostet so eine Steinwand ähm sechs Stück also wie ich so da hingestellt hab kosten wo ist es denn jetzt schon wieder ähm kosten zwei refinede Steine das heißt sechs Steine so ein Stein ein Stück Wand so zu sagen genau das ist ja nichts ne wir können ordentlich Wand bauen ah Feuer 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 sehr gut guter Mann und schon ich hab schon drauf gewartet aber ob wir diese Nacht überleben oder ob euch wieder die Angst vor der Dunkelheit ins Grabe treibt seht ihr beim nächsten Mal euch wie immer vielen Dank fürs Einschalten noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen haut rein bleibt gesund bye bye D Untertitelung des ZDF, 2020